Am Montag, 13. Mai 2013 kurz vormittag kam es in Zürchersmühle zwischen einem Lieferwagen und einer Zugskomposition auf einem bewachten Bahnübergang zur Kollision. Die zwei Insassen des Lieferwagens wurden verletzt. Die Schadenhöhe wird auf 30 einfaches Anführungszeichen rechts 000 Franken geschätzt. Ein 60-jähriger Lenker befuhr mit einem Lieferwagen den bewachten Bahnübergang. Dabei kam es mit einer aus Urnesch kommenden Zugskomposition zur Kollision, wie die Kantonspolizei Appenzell aus Erhoden meldet. Der Lieferwagenlenker erlitt Mittelschwere, sein Beifahrer leichte Verletzungen. Beide wurden mit der Ambulanz ins Spital überführt. Der Lokomotivführer und die Zugspassagiere blieben unverletzt. Durch die Kollision entgleiste der Triebwagen der Zugskomposition und am Lieferwagen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Lieferwagens und der Zugskomposition wurde ein Bahnersatz organisiert. Für die Unfallaufnahme wurden Verkehrsgruppe und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell aus Erhoden sowie die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST aufgeboten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017